Ho 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 Dann bist du ne Woche dauernd Richtig, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann Ja, heute ungewohnt Samstag Aber wir haben es ja gesagt, wenn es mehr gewünscht wird und wir ein bisschen Zeit haben, machen wir es auch gerne mehr und öfter Boxermarschierer Simon Mark, hallo Hallöchen Seid ihr alle motiviert am Wochenende? Ja, ne? Oh ja Der war auch ein bisschen motivierter, ne? Männer, wie war gestern der Stream? Oh, mega geil, Alter Okay, freut mich Hast du auch nicht Weiß nicht, auf sowas bin ich vorbereitet, weißt du Und, wie viele haben zugeguckt? Ganz viele, oh Es waren über 500 Oh Mann, Steven Auch das Wer ist das? Was? Du kennst die nicht? Simon, raus hier, weißt du Aber ehrlich, raus Kann auch nicht sein Nicht persönlich Nee, persönlich kennt den, glaube ich, fast niemand Nö Aber das ist ja auch nicht so wichtig Hey, ich hoffe, dass ich gleich fertig bin mit dem wunderschönen Spritzen hier Ach, du hast nur drei Felder Zwei hab ich schon Und die zwölf muss davor fertig gemacht werden, bevor ich hier Spritzen beginne Ich brauch mal ein Traktor hier zwei, den ich meine eben Aber wir müssen uns doch überlegen, was wir auf die vier und die fünf packen Das stimmt, ähm Wir können aber das gleiche machen, was du auf die eins, zwei, drei gesehen hast Wenn wir da jetzt fixe Lagerbestände haben wollen, dann, Simon Mir ist das egal Weil momentan denke ich, dass es uns an nichts fehlt Wo steht der Tieranhänger? Äh, Lord Der müsste, müsste oben stehen Bei dem Futtermischer Müsste Alter, hier wächst das schon, ne? Ohne Scheiß, hier wächst das schon Bei dem Futtermischer Aber wir müssen die Zeit aufhalten, Jungs, geht's doch nicht Wir haben jetzt auf dem Zwölfe schon zwei verschiedene Wachstumstufen drauf Weißt du nicht, wo der Futtermischer ist, Boxe? Das ist da oben, wo auch die Saatgutherstellung ist Wo man sich in den Kühen hochfährt Ich hab jetzt einen Schweinefutter gehört da Was? Mischer Der Mischer Warum steht denn der Drescher da oben? Na frag bitte, Simon Boah, der Fan hat aber eine richtig krasse Besteuernigung Ist halt auch ein Fan, ne? So, wo hast du eigentlich dieses komische Ding gekauft? Was für ein Ding denn? Kälber? Ne Was? Diese Aufzuchtstation, ne? Schweinezucht? Schweinezucht, ne? Schweinezucht, ja Links neben der Zwölf Alter, so weit weg? Was? Das ist voll okay eigentlich Nö, die Straße runter Ja, ich wollt grad sagen, also Ne, also das ist mir zu weit Was? Box der Wochenend-Modus, ne? Ist mir zu weit, ich mach die Füße hoch heute Really? Ist ja ganz genau Warte mal Ich muss hier rein, glaub ich Äh, was sagen denn die, die Anzieh, äh, Jungs? Dünger habt ihr noch genug? Ja Außer Saatgut Braucht einfach Saatgut Oh, nee Kann du mir denn nicht Ich komm mit dem, produzier nicht hinterher, ey Ich brauch Kalk Äh, wo soll ich den hernehmen? Der ist aber nur Knuffensiefe So, welche darf ich denn abholen hier? Es ist nur ein Stall voll Hol da mal einen Anhänger voll raus und bring den mal auf die andere Seite rüber, bitte Da wurde ein Traktor drüber Ja, genau Auf die dunkle Seite Auf die dunkle Seite Oder was? Ne, äh, da gibt's ja drei Ställe auf dieser Schweinezuchtanlage Nur eine davon ist voll Und wenn du jetzt Paar mitnimmst Äh, und auf die anderen Schallen rüber verteilst, sag ich mal Dann müsste das eigentlich klappen Maschierer, ich brauch Saatgut Sind welche drin? Das ist nicht Maschierers Problem Nö Verdammt Das wäre das Problem Ja, hol dir das am Hof ab Weiß nicht, ich find LKW Ah, das Box ist anders LKW? LKW Ah, Klaas Achso Ich hab nur einen Anhänger gesehen Okay, da muss was anderes rein Oh, ich... Jetzt mach ich den Paolo, muss mit dem Rad da rumfahren, weißt du Oh Gott, wie viele... Ich hab auch keine Ahnung Ja, mach mal einen Anhänger voll, also... Ja, hab ich jetzt Wie viele sind das? Wie viele sind das jetzt hier? Hallo, wie steht das? Kann ich das irgendwo sehen? Ey, warum bin ich jetzt beim Mark drin? Was zum Beispiel? Nicht verkaufen! Ich bin jetzt im Mark Saktor drin, obwohl er fährt Hä? Hä? Wahrscheinlich als Beifahrer Ja, aber wie komm ich denn sofort in einem Beifahrer rum? Achso, beim Mark Ich hab ge... Oh ne, vergiss das Ne Was ist das? Ich hab Markt verstanden Ich hab gedacht, du willst die Schweine jetzt verkaufen, weißt du? Oh, die Schwache Die haben sich aber auch grad gedacht, fahren wir schon zum Markt? Lol Oh, oh lol Äh, ja, Mark Ja, hier Saatgut kannst du dir unten holen bei unserem Universallagersilo Da sind noch 57.000 Liter drin 18 Okay, weiß Bescheid Wunderbar 18 sind jetzt rübergekommen 18 Okay, lass mich kurz gucken, ob das reicht Ich glaub, da sind noch 182 drin oder so Ja, ja, das passt Ich will noch die Reproduktionsrate angucken Die ist noch leer Achso, warum das denn? Ich würd da welche rüberpacken jetzt Mach mal... Ja, mach mal 50-50 oder so Ich will jetzt nochmal... Wir haben ja noch einen, ne? Eine Schweinezuchtstation Warte mal, Schweinezuchtstall 1 Oh lol Stall 3 Oh Gott Ja, ich seh das Oh Gott, wir müssen jeden Stall separat befüllen Oh nein Das dauert einen Moment, ne? Wie viel haben wir denn? Drei Ställe sind da oben Ja, aber gut, wir müssen die ja nicht voll machen Die, äh... Nee, 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 super Machen das ja selber, die kommen ernst, ja Der Hof sieht aus wie geleckt, ey Wenn man sich vorstellt, wie viel mal da rumlag Ja, ich bin fleißig am aufräumen, aber das dauert alles ein bisschen Bin die ganze Zeit nur am Geräte wechseln Warum? Was hast du denn gemacht jetzt? Ich hab grad gekalkt, jetzt... Jetzt steh ich wieder an Guck mal bitte nach, wie viele die jetzt noch in dem anderen sind In dem anderen sind jetzt noch drin In dem Stall 3 Äh... sind drin 164 Oh Gott Das ist ja immer mega nervig Also du hattest... Ja, sagen wir mal so Du kannst auf jeden Stall ungefähr zu 70 hinpacken Ungefähr Ja, oder... Ja, oder... Ja, ich weiß auch nicht Du kannst ja auch immer 50-50 machen Und den dritten Stall machen wir später, weißt du Kann man den nicht irgendwie rüberschieben? Im System? Im Triebwagen, oder was? Es gab mal so ein Treib, äh... Kistchen, ne? Wisst ihr das noch? Ja... Ja... Und dann ist siebzehn Für die Schweine War das für die Schweine? Ich weiß es gar nicht mehr Ja... Einfach für die Schweine gedacht Ich meine, da passen aber auch Kühe, glaub ich, rein Ich hab das immer für kleine Boxes verwendet Uh... Hm... Kommt ja diese rein, siebzehn Euro her Äh, das sind Ausgaben, ich hab äh... Potasium gekauft Da hat Bernd das mal wieder zu gut gemacht mit den Schweinen Ja, ich hab geguckt, ich hab gedacht, das ist ein Fehler Aber da gehen wirklich so viel rein War so ähnlich wie mit dem Pferdestall Ja gut Wir machen die Kiste mal voll Alter, das gibt wahrscheinlich wieder viel Raps Ja, aber kein Stroh, das ist schon mal ganz gut Haben da... Ist ja jetzt überall Futter im Stall Werner drin? Ne, 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 nur in dem Dreierstall Ich bin grade dabei schon ein bisschen was zu produzieren wieder, aber es dauert einfach ein bisschen Was ist denn? Sag mal, hast du was, ne Meise oder was? Hub doch nicht rum hier Die neuen Mitspieler, ne? Katastrophe Wenn du aufs Werken kennst Bisschen Spaß muss sein, Mensch Reicht das? Oh ja, das reicht Tut mir leid Tut mir leid Tu's nicht wieder Okay Vielleicht So, warte mal Habe ich ne 3000 Liter Schaufel für nen Frontlader? Nein, habe ich nicht Bräuchte ich aber Sheet Wo ist denn nicht mein Trakt? Achso, der steht noch oben, ne? Na, Boxe? Taschenrechner in der Hand oder was? Ne, ich suche den ein, äh, in der Stadt 1 suche ich noch gerade Der ist da wo die 1 dran steht Hier, guck mal, da steht 1 an der Seite ran, du bist bei der 2 hinten und hier vorne ist die 3 Ich habe im System geguckt Achso, na gut, das weiß ich nicht Aber es war natürlich nicht so zufrieden Ja, den Anleger kannst du aber auch hier oben stehen lassen, wenn du willst Na, ich muss auch ein paar was schütteln Ah, ok Schütteln? Ja, ich schüttel die Warte mal, was ist eigentlich das hier? Ja Fahr doch ein bisschen weiter, bitte Warte, ich muss kurz rufen Alter Was treibt ihr da? Wir spielen mit Schweinen Aha Ah, Boxe, hättest du aber ruhig im Moment warten können, weißt du? Na, schon drauf Pau Und, wie warst du schon mit Feld 12? Ich habe nicht getraut zu fragen, ey Was färf dich mit Grubbern? Ja, es ist schon ein richtiges Ausschiefeld, ey Platz hier schon aus 40 Feldern Ja, ja gut, bei kleineren Feldern ist das halt schon Ich glaube aber, die Kontor ist noch ein bisschen breiter Ja, die hat glaube ich ein paar Meter mehr Ja, gucken Ähm Ach, wo ist sie denn? Ach, du hast sie oben auch in jedem Fall Ja, ja Die Kontor hat 15 Meter Immer 3 Meter mehr Uh, 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 uh Ich weiß, ich gar nicht geguckt habe, dass er die Woche ist, äh, wie es mit Käse aussieht Ich weiß, ich gar nicht geguckt habe, dass er die Woche ist, äh, wie es mit Käse aussieht Oh, da ist Stillstand Nein, das hätte nur eingeschalten werden müssen Käse, 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 Käse Oh Ja, jetzt ist es aufgeteilt Einer hat ein bisschen mehr, aber Super, perfekt Bring ich schon mal den, äh, das Wasser steht noch hier unten, Boxe Ich weiß Ha, ist jetzt die Frage, was wird zuerst fertig? Die Felder von Simon oder oben die 12? Wahrscheinlich erst die 12 Ich glaube, die 12 wird verdauen Naja Lass den mal hier unten nochmal stehen Äh, Schweinezelt, hattest du Wasser hingebracht? War das so? Äh, ja, nur einen in den Stall Also in einen Stall Ich nehme aber jetzt nochmal ein bisschen was mit Ich nehme mal eine Fuhre Stroh mit Und ich nehme nochmal eine Fuhre Schweinefutter mit Das ist ja genau das, was ich gemeint habe, ne? Wir haben ja die ganzen Sachen, was wir brauchen hier im Hof Oder zumindest den Hof näher Deswegen können wir das eigentlich richtig gut machen So, aber für den heutigen Tag, liebe Leute, sind wir schon wieder fertig Äh, morgen gibt es vielleicht bereits eine weitere Folge hier auf der, ähm, Hofbergbahn Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut ihr gerne morgen nochmal vorbei Wem es gefallen hat, Däumchen an das nicht vergessen Und bis morgen, macht's gut Ciao, ciao Baby Tschüss 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 Tschüss